Verfolgen ihre Geheimnisse sie? Wollen sie sie loswerden, aber etwas hindert sie daran. Kommen sie zurück, Kit. Erledigen sie ihren Job. Nein! Nicht! Bleiben sie weg von mir! Hören sie auf, wegzurennen. Ist es vorbei? Bin ich zurück? Nein! Nein! Bleiben sie hier! Sind wir wach? Hey! Was ist hier los? Wo sind wir hier? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Soll das ein Scherz sein? Die reinste Zeitverschwendung. Sie haben unruhig geschlafen. Haben sie Albträume? Sie haben sie in der Mitte des Spielers. Sie haben es einfach dann geschafft. Ich bin ein Scherz. Die Haute ger parabén sind in der Mitte der Verviolung. Sie sind in der Mitte der Veraliung. Sie sind in der Mitte der Verlust. Sie sind in der Mitte der Verlust. Soll ich das, dass ich nicht selbst die Verlust sind. Die Gesellschaft geht zugrunde, die Menschen leiden, ohne jede Hoffnung, genau wie sie, bevor wir sie gerettet haben. Morbius kann das nun für alle Menschen tun. Der Stem ist eine Maschine, die das Unterbewusstsein der Menschen miteinander verbindet. Und wer auch immer im Zentrum ist, hat die Macht, sie zu beeinflussen. Es gibt kein besseres Instrument, um die Welt zu verändern, sie zu beherrschen. Die Gesellschaft braucht Hilfe. Und genau die bringt Morbius. Und mit ihr ein neues Zeitalter der Menschheit. Wir brauchen den Jungen. Mit ihm können wir alles verändern. Ich hole Ihnen den Jungen. Sie kennen die Folgen, falls Sie scheitern sollten. Ja, aber wenn Ruvik mit ihm geht, es muss einen Weg geben, ihn aufzuhalten. Hey! Ich weiß, dass du da draußen bist! Haben Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Es ist Hass. Hass. Ruviks Hass. Sein Hass verzehrt ihn. Er will heraus. Er strebt nach Rache. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Wer war das? Und woher weiß er von Ruvik? Trotz unserer Gönner wird es bei so vielen Kollateralschäden nur eine Frage der Zeit sein, bis die Leute unangenehme Fragen stellen. Das KCPD war schon... Leslie! Wenn ich noch hier bin, dann ist er sicher auch noch. Dass sie dich mit reingezogen haben? Wie auch immer. Du gehörst mir. Und ich werde dich benutzen. Sebastian, er muss gerade woanders sein. Verdammt, er hat mit all dem nichts zu tun. Mobius. Irgendwas zieht mich dorthin zurück. Theoretisch wäre es zwar möglich, dass ein Wirt einen Nutzer mit sich überschreibt, aber es ist fast unmöglich, dass sie kompatibel sind. Aber der Junge, Leslie, Sie glauben, er ist kompatibel? Ja, und laut Rubens Notizen müsste der Stem mit Leslie als Basis funktionieren. Führen Sie Tests durch. Finden Sie heraus, wie wir ihn zu dem leeren Blatt machen, das wir brauchen. Sie wussten... Sie wussten, wozu Leslie fähig ist. Verdammt, warum haben Sie mir das nicht gesagt? Es gab hier ein Stem-Terminal. Im untersten Geschoss. Wenn Leslie auch hier drin ist, ist er bestimmt dorthin gegangen. Vielleicht komme ich so hier raus. Eine Stem-Termin. Bitte. Wie. Ja. Mögen. Bist. Jedet. Können. 4. Also. Sekt. Sprecher. Wie. Wie. Das war's. 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 Das war's.